Läuft doch! Das bringen wir nach Hause! Heiß! Nur noch irgendwie über den Berg drüber und dann das Ding zu Ende bringen. Mit Lust hat das jetzt heute nicht mehr viel zu tun. Die Trefte sind verbraucht. Aber einmal zwingen wir uns noch und dann haben wir das Ding im Sack. Wir sind ja beim Laufen, nicht beim Spatieren gehen. Da ist das geil! Das macht Laune. Nicht mehr weit, da haben wir die Scheiße hinter uns. Grüß mir den Norbert und den Franky! Das ist das Ziel und du bist nur glücklich, damit du jetzt sieben Tage irgendwie überstanden, überwunden hast. Also man kann jetzt sagen, wenn man die oder die Etappe geschafft hat, dann ist man durch. Sondern man muss alle sieben Etappen einfach irgendwie durchbringen. Aber dann ist es erledigt! Feiern! jobb! Natur!